Win-win könnte man sagen. Volkswagen hat Probleme mit der Software. Autos verzögern sich, wie hier der Trinity. Der kommt wohl erst 2032. Rivian hat wiederum Software im Bestand, muss die Produktion hochfahren und VW gibt das nötige Geld. Wir steigen in die Details ein. Im Speziellen geht es um die Rivian. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zum Tippchecker. Bitte unterstützt meinen Kanal und gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefällt. Es geht um VW. Hier nur als Randerscheinung der Trinity. 2032 soll der jetzt erst auf den Markt kommen. Das liegt an Softwareproblemen oder das Softwareprojekt verzögert sich. Man will die Softwareplattform von Rivian übernehmen. Das trifft sich aber ganz gut, weil die Absätze von E-Autos auch einbrechen. In Europa werden immer weniger gefragt. Ganz anders in China. Dort brechen die Absätze für Verbrenner ein. Und das E-Auto, das ist also nicht nur weg. Es fahren einfach andere, die E-Autos. Und wir sprechen über Rivian. Rivian stellt E-Autos her und ganz attraktiv für VW ist die Softwareplattform. Rivian baut meiner Meinung nach recht stylische Autos, Pickups, SUVs. Wir haben große SUVs. Wir haben Lieferwagen, die vor allen Dingen bei Amazon eingesetzt werden. Man kann natürlich immer wieder über das Design streiten, ist das jetzt schön oder nicht. Fakt ist, Amazon setzt im großen Stil diese Fahrzeuge schon in den USA ein und auch in Europa. Amazon ist Ankerinvestor und Kunde zugleich. Ein Exklusivvertrag ist aber jetzt ausgelaufen. Die E-Transporter werden nämlich hauptsächlich eingesetzt, um die Ökobilanz des Unternehmens zu verbessern. Also der CO2-Abdruck muss reduziert werden. Und das führt dazu, dass viele Unternehmen E-Autos in die Flotte aufnehmen, auch dann bei Auslieferungen zum Beispiel oder die Firmenflotte, um dann den CO2-Abdruck zu reduzieren. Ja, die Pickups, die sind in den USA relativ beliebt, aber es gibt auch Chancen, dass hier ein Teil davon der Umsätze, der Absätze eben auch bei Rivian landen können. Damit wir uns nicht falsch verstehen, Rivian ist weit weg von einem profitablen Geschäft. Mit jedem Auto wird Verlust gemacht. Doch die Technologie, die Plattform, die Software, das Design, das ist State of the Art und bringt eine gewisse Attraktivität mit. Und hier auch im aktuellen Aktionär eine Hintergrundstory dazu. Hier wird nochmal beleuchtet, welche Chancen es bei der Rivian gibt. Klar, es ist ein Hotstock, eine gefährliche Aktie, aber sie hat auch Chancen. Und wenn wir uns die Details betrachten, VW ist eben als Partner eingetreten in den Markt, übernimmt die Software, investiert bis zu 6 Milliarden US. In den nächsten Jahren wird dann auch Anker-Investor. Amazon hat schon 5000 Lieferwagen bestellt oder beziehungsweise im Einsatz. So sehen sie aus. Es gibt natürlich auch ein paar Probleme. Ja, also die können auch mal Feuer fangen und dann eben auch zu so einer Katastrophe führen. Aber das ist eher in der Minderheit. Ansonsten scheinen die Fahrzeuge sehr zuverlässig zu sein. Und solche Schreckensszenarien sollten nicht davon abhalten, dass die Firmen eben auch mehr solche Lieferwagen einsetzen. Amazon hat wie gesagt 5000 im Einsatz. Aber es sollen auch welche in Köln, München und Berlin rumfahren. Ich habe sie noch nicht gesehen. Hier werden sie auf jeden Fall in den USA schon großflächig eingesetzt. Und Rivian ist auch, Amazon ist auch einer der wichtigsten Auftraggeber bei Rivian. Sie haben auch wie gesagt eine Beteiligung von 17%. Und ja, neben diesen ganzen Modellen, neben eben hier VW, Planet Trinity, so hat hier Rivian sehr viel vor, was auch neue Modelle betrifft. Der R2 soll kommen. Da soll die Kapazität bis 2026 auf 200.000 Fahrzeuge aufgerollt werden. Es gibt Modelle, eben die einen kompakteren SUV zu machen, den R2. Und man könnte dann einen EBDA-positiven Effekt haben, so um 2026. Diese kleineren Fahrzeuge, die gibt es dann auch ab 45.000 Dollar. Und das dürfte auch preisbewusste Käufer ansprechen. Der R1 und R1S, der ist doch relativ teurer. Und man kann das so vergleichen, der R2 wird wahrscheinlich ein direktes Konkurrenzmodell zum Model Y von Tesla. Und so kann man das schon dann in der Konkurrenz sehen. 2022 wurden gerade mal 20.000 Fahrzeuge ausgeliefert. Im letzten Jahr 57.230. Der Umsatz lag im letzten Jahr bei 4,8 Milliarden US-Dollar, also auch nicht wenig. Dabei fielen aber 5,4 Milliarden Verlust an. Und der Vivian-Chef begründete auch neulich erst für dieses Jahr das Auslieferungsziel von 57.000 Einheiten, aber nur noch einen Verlust von 2,7 Milliarden Dollar. Der Umsatz soll ungefähr gehalten werden. Der CEO ist aber optimistisch, dass man den positiven Bruttogewinn im Laufe der Jahre dann auch erzeugen wird. Man hat zwar einen Verlust pro Aktie, trotzdem ist es so, dass der Zielweg zumindest eingeschlagen wurde. Ein einziges Manko ist immer noch eben, dass man pro verkauften Auto mehr verliert. Also das heißt, je mehr Autos man ausliefert, umso mehr verliert man auch. Und wir werden es weit davon entfernt, Cash zu generieren. Aber der Deal mit Volkswagen ist lukrativ. Und diese Verluste, die sollten auch eingegrenzt werden. Die Kooperation ist auch sehr eng gefasst. Es bezieht sich rein auf die Software. Aber man könnte das auch noch ausweiten. Volkswagen ist ein Massenproduzent, hat sehr viel Erfahrung in Produktion. Und Vivian hat wiederum sehr viel Erfahrung in der Technik, im Energierigie des Fahrzeuges. VW ist ein etablierter Hersteller. Und so könnte es sich doch etwas mit zusammentun. VW bringt die Finanzmittel mit, Größenvorteile und das industrielle Know-how. Und das alles sind die Argumente. Neben Amazon könnte nun auch zum Beispiel AT&T diese Art von Fahrzeuge einsetzen. AT&T will auch, der Telekom-Riese will auch die Flotte im Rahmen eines Pilotprogramms zur Reduzierung von Transportemissionen eben auf Elektroautos von Vivian umstellen. Und AT&T wird 2025 damit beginnen, die Flotte umzustellen und dann erste Fahrzeuge aufzunehmen. Und man hat nun die rechtlichen Möglichkeiten, nachdem ein Exklusivvertrag mit Amazon ausgelaufen ist, dass man eben auch andere Kurskunden bedienen kann. Vivian will auch Kosten günstiger produzieren. Die Materialkosten sollen um 20 Prozent sinken. Es sollen derzeit, also der Umsatz soll bei 4,8 Milliarden liegen im nächsten Jahr, in diesem Jahr. Und man will dann mittelfristig die Produktionskosten für so ein Auto auch dann um vielleicht 40, 45 Prozent senken. Die Analysten von Wells Fargo gehen davon aus, dass 2026 ein Erlös von 8,18 Milliarden anstehen könnten. Und nun mal zum Vergleich, aktuell ist der Börsenwert 13,2 Milliarden Euro. Also hier gibt es durchaus Chancen, wenn Vivian es schaffen würde, zu skalieren, die Produktion hochzufahren, um es mal in Tesla-Worten auszudrücken, durch die Produktionshölle zu gehen, also hier Stückzahlen zu bekommen, die Kosten runterzubekommen. Und VW gibt den nötigen Arten, den finanziellen Arten, und man hat Amazon und jetzt AT&T, die bestellen. Und wenn man das mal so hochrechnet, dann ist die Bewertung von hier in der letzten Ausgabe, also in Euro gerechnet 12,2 Milliarden, ist die Bewertung zwar hoch, auch ein Kursumsatzverhältnis von 4,4 auf die Rechnung von 2026 gesehen. Und der Sprung in die Gewinnzone soll 2028 anstehen. Und das sind also Optionen, die möglicherweise für die Aktie sprechen. Und wenn wir uns den Chart anschauen, dann sehen wir es. Die Euphorie mit dem VW-Deal, die ist jetzt hier erst mal raus. Jetzt hat die Aktie wieder etwas konsolidiert, aber für die Empfehlung vom Aktionär ist das gerade richtig. Jetzt die Konsolidierung, eine Hot-Stock-Empfehlung im Aktionär. Man sagt, hier gibt es durchaus Chancen, wenn man genügend Luft mitbringt. Die Firma hat noch Luft, sie hat Liquidität, 9,18 Milliarden. Jetzt kommt durch den VW-Deal noch mal bis zu 6 Milliarden dazu. Also das heißt, Rivian könnte sogar einen der wenigen EV-Produzenten, also Electric Vehicle-Produzenten sein, die überleben, die skalieren können, die auf Masse gehen können. Und wer will, kann hier in die Aktie einsteigen. Es ist eine Risikoposition, also die Position nicht zu hoch wählen. Vielleicht auch ein Drittel nur kaufen und dann später noch mal nachkaufen. Oder maximal 50 Prozent bei Stärke dann reinkaufen. Und wenn die Aktie weiter fällt, dann vielleicht noch mal zumischen. Soweit die Idee vom Aktionär. Hot-Stock-Empfehlung vom Aktionär, die Rivian. Wenn euch das Video gefällt, gebt mir einen Daumen hoch. Bis bald, macht's gut. Galacka Vielen Dank.